Moin Leute! Heute sind wir unterwegs in unserem Oldtimer und wir wollen eine kleine Fototour machen. Den Rest sehen wir später. Viel Spaß! Bis später! Bis später! So, Hallöchen! Wie ihr sehen könnt, haben wir hier ein wunderschönes großes Feld entdeckt, voller Blüten, Mohn, Korn. Bis später! Hier war dann wohl mal ein Hochstand. Und? Eigentlich ist der Neujans gut, wa? Die Stufen existieren ja teilweise noch. Auf dem Weg zur nächsten Location haben wir dieses Feld hier entdeckt. Und ich finde das sieht richtig toll aus. Da hinten sieht man nur noch blau. Herrlich. Machen wir noch ein paar Fotos von und werden die dann auf Facebook und Instagram posten. Das sieht richtig schön aus. So. Und schaut mal her. Jetzt noch ein richtig schöner Teil. Schöne Blüten. Da drüben ist eine Ente und planscht. Schöne Blüten. 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 Das ist doch wirklich Natur pur. Schöne Blüten. Ja. Schlepp Schlepp in der Nacht Das ist doch echt herrlich hier. Da kann man sich natürlich sitzen, ein Feuerchen machen, da können die Kinder rutschen und Fußball spielen und da kann man das Feld schön sehen, das geht ja da hinten noch viel weiter. So, wir wandern jetzt ein Stück, wenn wir uns jetzt noch ein lecker Käppchen kochen wollen. Ich weiß auch schon wo. In deiner Ferne kann man sich ja schon sehen. So und wir sind angekommen an unserem wunderschönen Plätzchen. Schön in der Sonne. Schön in der Sonne. Prost Kaffee. Schön in der Sonne.